leute herzlich willkommen zu diesem neuen video heute mache ich challenge heute geht es um challenge wie viele kann ich salami essen wie viele salami kann ich essen leute wir haben einen salami gepackt hier plus nur eins einmal in grün einmal in rot und einmal in red Siterio dreimal und zweimal in grün d.h. wenn wir es alle die challenge fängt an so einmal leute bei 50.000 liked noch mal die challenge aktiviert die glocke like nicht vergessen und schreibt auf instagram da sage ich in den link beschreibung und dann wisst ihr wie heißt wie ich heißen auf instagram aber erst machen wir die channel als üblich kennt das lasse ich lieber sein ich mache nur die da das 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 war's mit diesem video laute hoffe euch das wird dir gefallen und ja das war's mit diesem video und ciao die nächsten challenge 50.000 likes